Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Overlord. Wir müssen erstmal wieder zurück, wir müssen auf jeden Fall das Turm attackieren, wir müssen entzügen, da haben wir noch 3 Quests offen und in Dunkelwald haben wir auch noch 4. Wir machen aber, würde ich mal sagen, erstmal die 3 hier zu Ende. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall eine neue Schergenart bekommen, die roten, wie sie so nett genannt werden. Ja, 3 können wir nicht viele ziehen, ne? Wir brauchen aber 3. Wir brauchen 3, Leute. Wir müssen da noch wohin kommen. So. Mein Herr, seit ihr Wilfried ausgeschaltet habt, gedeihen die Schafe prächtig. Nehmt euch so viele, wie ihr wollt. Sie vermehren sich sowieso viel zu schnell. Oh, viele Schäfchen. Ja, also dürfen wir töten, ohne dass uns die Dorfbewohner sauer sind. Finde ich nett. Finde ich nett. So, wir hatten... ...auch einen neuen Zauber. Ich glaube, das verstärkt die... ...unsere Kollegen hier. Ähm... Ihr habt uns befreit, danke. Ja, dafür nicht, dafür nicht. Boah. Mach mal platt hier, bitte. Danke. Ich möchte so sein wie ihr. Ah, jetzt verehren sie uns. Hey, würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Könnte ich. Ich könnte sie immer wieder neu züchten, ne? Wo war denn hier eigentlich noch mal... Ne, hier war das nicht. Na, ich suche diese eine Stelle, wo so ein Feuer war. Hey, würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Ich kann wieder erschenten, wenn du willst. Ich möchte so sein wie ihr. Ihr seid ein guter Mensch. Ich hätte keine Minute länger meinem knurrenden Magen zuhören können. Irgendwie sind wir viel zu gut. Wir hätten echt... Es riecht nach gebratenem Halbling. Böser sein müssen. Ihr und eure Kreaturen habt uns viel Arbeit erspart. Wofahr hat denn das noch mal... Da. Hier können wir uns mal wiederherstellen. Das hätte ich auch noch nicht entdeckt. Okay. Hier können wir mal reinschauen. Vielleicht ist hier was Gutes drin, ne? Danke. Danke. Wo war denn noch mal dieses komische Feuer? Ja, okay, 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 ist okay, okay, okay. Ich glaube, das war hier. Bin ich hier richtig? Ich bin der Meinung, ja. Anscheinend, anscheinend. Nicht mal tausend Halblinge könnten so viel Schaden haben. Ja, ja, doch, doch. Der Geruch von Magie liegt in der Luft. Und das ist nicht gut. Herr, ihr solltet das näher untersuchen. Ich kann das leider nicht überspringen. Sorry. Könnt ihr die jetzt mal töten, bitte? Schön. Schön, 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 schön. Okay. Also, rote. Nee. Rote, doch. So, auf. Alle roten. Genau, schön löschen, schön löschen. Sehr schön. Alle. So, dann sammeln wir auch noch mal so ein paar rote, so ein bisschen rote Lebenskraft. Oh, der ist neu. Das ist ein Ess für einer. Der war sicher nicht von her. Ich frage mich, ob die Frau, von der dieser schwätzende Bauerspracht, hinter all dem steckt. Scheinlich. Sie sehen schon ein bisschen gefährlich aus, aber... Aber... Ähm... Aha, okay. Halten auch nicht so viel aus. Ich habe keine Ahnung, Assassin zu sein. Okay, ich brauche die Ruhe. So ein bisschen sch... Nee. Ah, zurück, zurück, zurück. Nein. Wir haben Verluste. Okay, alle. Los. Mach die nieder. Sehr schön. Geil. Zurück. Und dann hier über die Zugbrücke. Sieht sehr unheilvoll aus hier. Erwartet uns hier wieder ein Boss. Keine Chance. Okay, okay, das... Okay, okay, das... Alle. Ihr dürft feuern. Okay, krass. Ich hätte auch mal meinen Zauber anwenden sollen, ich vollidiot. Das habe ich ganz vergessen. Na gut. Ich habe jetzt leider keine braunen. Dann muss es halt irgendwie so gehen. Was? Mit Einschlag macht er schon hier die... Okay, ähm... Verdammt. Da, das müsst ihr noch mal löschen hier bitte. Okay, da gehe ich gleich rein. Ich möchte mal schauen, ob hier vielleicht irgendwo was hier auf den... Zillnist... Zillnist... Kann ich nie wissen. So, das wollte ich. Da, das könnt ihr auch noch mal ein bisschen zerstören hier. Ah, da unten. Oh, ich muss noch unten. Da kann ich hier neue beschüren. Gut zu wissen. Ja, dann würde ich mir erstmal nochmal... Ich muss mich erstmal ein bisschen stärken. So, dann auf jeden Fall geht gleich ein Stärkungszauber für die. Hä? Warum geht das nicht? Ah, okay. Falsche Taste. Okay. Äh, nein. Ich will hier. Okay, schön. Da kommt ein bisschen Mana. Nein, nicht die! Oh, scheiße. So war das nicht geplant. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ich auch. Ich will wissen, was da drin ist. Na, irgendwie weiß es nicht. Ne, ne? Das ist unsere Lebenskraft, ja, oder? Ja. Das ist auch egal. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Ja, wir haben nur noch zwei Rote am Start. Oh, da. Okay, ja. Dann schauen wir nochmal ganz kurz, was hier oben ist. Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Ausrüstung. Äh, ganz praktisch. Achso, da habe ich ganz vergessen. Ich habe übrigens nachgeschaut, ähm, wie das mit dem Gold ist, ohne da irgendwas zu spoilern, weil so genau, ähm, stand es da auch nicht. Ähm, ich habe da nur im Forum gesehen, äh, dass man später im Verlauf des Spiels genug Gelegenheit hat, um das Gold auszugeben. Detailliertes stand da aber nicht. Ich habe da auch nicht weiter nachgeschaut. Lassen wir uns also überraschen. Okay, Verliese von Rauschingen. Okay. Selbst wenn mein Plünderer hat ein Schloss Rauschingen gebrannt, Schatz. Mein Gott. Nein. Zurück. So. Rote. Rote. Und nicht ins Feuer. Sehr schön. Rote. Wir will jetzt alle. Malady, bitte behalt euch. Sie kommen. Bleib weg. Diese Menschen sind keine Bedrohung. Leg das weg. Ja, war ins Nahe. Okay, wir sollten rennen. Ah, 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 ah. Schnell, die Kammer. Die haben ja die Ruhe weg. Das war fürchterlich. Wenn du nicht willst, dass sie uns hierher folgen, solltest du die Tür schließen. Okay, ganz, ganz komische Gestalten sind das. So, die machen wir platt. Äh, äh. Hält eure roten besser im Auge. So. Sie sollen brennen. Eure kleinen Kreaturen sind echte Schätzlein. Ich bin rosa. Sieht so aus, als ob ihr nicht ganz ungeschickt werdet. Seid ihr in einem Auftrag interessiert? Sicher. Habt ihr von der Seuche in Himmelsspitze gehört? Eine sehr unschöne Sache. Ich wollte wissen, ob die armen Kerle hierher fliehen können, die nicht infiziert sind. Noch nicht. Ich muss weg von hier. Aber erst wenn diese Plünderer weg sind. Und außerdem brauche ich mein Gepäck. Könntet ihr euch darum kümmern und mein Gepäck holen? Oh, übrigens sind die Plünderer in Begleitung einer seltsamen Kreatur unterwegs. Irgendetwas Magisches. Sie hat ihm wohl geholfen, hier hereinzukommen. Ah, klingt doch noch nach einem Boss. Okay, also Frau befreuen. Und ja, das Gepäck von ihr holen. Das Handtaschiff. Dass er jede Frau dabei haben muss. Gut. Ich würde sagen, wir clearen erstmal so ein bisschen. Oh nein, ihr seid direkt ins Feuer gelaufen. Okay, der hält vorne fast. Oh, shit! Okay, ich dachte, da ging gerade mehr drauf, aber... Das geht ja. So, bringt mir alles. Ich brauche Energie, ich brauche Leben. Super, ein bisschen voll rein gelaufen. Okay, da haben wir wieder welche befreit. So, ihr dürft dann mal hoch. Äh, hoch, los. Na gut, komm mal her. Da dürft ihr jetzt mal hier hoch. Sehr schön. Sehr schön. Aber da oben ist noch mehr. Ihr habt was vergessen. Oder doch nicht. Na gut, kommt zurück. Okay, das ist schon mal fertig. Dann... Rote. Rote. Na. Okay. Alle. Sehr schön. Genial. Ah, halt! 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 Ich glaube wir können da doch noch das Feuer löschen und dann können wir da... Ne, die können da gar nicht hoch, ne? Verzeihung! Hab ich falsch gesehen. Aber hier! Ich bin immer gespannt, was das für eine magische Kreatur ist. Okay, löschen. Okay, Moment! Nicht so schnell! Na! Was denn schön? Hier ist aber viel zu löschen, ne? Aber auch viel zu töten, ne? Ist das schön? Hm, also natürlich sind wir noch im Anführungsgespiels, aber bisher ist es mir einen Tick zu leicht. Aber ich hatte leider auch nicht die Möglichkeit da irgendwie eine Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Ich hoffe das wird noch ein bisschen herausfordernder, ne? Weil... Bisher muss man nicht so taktisch vorgehen, wie ich mir das eigentlich gedacht habe, beziehungsweise erhofft habe. Einfach eine Überzahl haben von, äh... Ja, von Schergen und dann einfach drauf. Und das war's! So, hier nochmal löschen. Danke! Weil die machen ja alles nicht. Okay, da ist schon der erste, wieder der nächste Daumen gegangen quasi. Oh, da hinten. Fuck, da war eine Truhe. Leute, ihr müsst nochmal zurück. Ah, erstmal macht ihr die Daplatte platt. Okay. Gott, ich konnte diese Truhe da wieder sehen. Oh, da hinten kann ich neue beschwören, das ist sehr schön. Oh, da hinten kann ich neue beschwören, das ist sehr schön. So, lauft mal da hin und bringt mir bitte alles. Habt ihr alles? Sehr schön. Für den Meister! Brav! Sehr schön, da hinten kann ich ein paar neue beschwören. Zwei reichen eigentlich, äh, für... ähm, für das Feuerlöschen. Äh, ja. Achso, man konnte ja hier... Ah, genau. Okay. Nein, zurück! So, jetzt. So, ab, ab! Noch mehr? Nee, zurück! Zwölf maximal. Genau. Das ist eine gute Idee. Dauert nur zu lange, das ist das Problem. Ach, das dauert zu lange. Wir gehen wieder zurück. Oh, da hinten habe ich ja... Oh, da sind wieder zwei neue gekommen. Aber egal! Haut rein! Kein Problem. Oh, okay. Oh, das ist fies. Das ist eine ganz... Oh, das ist fies. Also, diese Attacke von den Käfern, die, äh, macht mein Kleine echt zu schaffen. Warte mal, hier könnte ich doch... So. Dann kommt mal her. Dann macht jetzt bitte Magida platt. Mit Stärkung. Sauber. Die Plünderer wollen nicht, dass ich den Kranken helfe. Sie wollen nur Chaos verbreiten. Bricht diese Seuche auch außerhalb von Himmelsspitze aus, wird alles sehr chaotisch. Und das hasse ich. Wer bist du überhaupt? Das Burgvorlein? Oder was genau? Oh, hier könnte ich was opfern. Das klingt gut. Ja. So war das nicht geplant. Egal. So. Hier noch irgendwie was. Hier noch irgendwie was. Wow. Das erklärt natürlich, wie die Plünderer in das Schloss gekommen sind. So. Okay. Okay. Rot. Alle Roten. Dahin bitte. Oh nein. So. Da bitte hin. Da bitte hin. Boah. Und alle Braun bitte dahin. Oh Mann ey. Wo ist denn der dritte? Oh Mann ey. Wo ist denn der dritte? Zwei. Alle. Da fehlen. Da fehlen zwei. Ach du scheiße. Ach du heilige scheiße. Okay. Jetzt achte ich mal bitte platt da. Äh. Braunet bitte. Oh Mann ey. Dahin. Wieso kann ich denn? Ich muss das erstmal koordinieren. Das ist zu weit Braunhaft. Ja. Rote. Ja. So. Geht bitte da rauf. Alle. Sehr schön. Das Problem ist. Ach scheiße. Ja. Das ist jetzt äh der taktische Anspruch den ich doch ein bisschen vermisst hab. Okay die leben noch. Das ist schön. Schön. Okay. Ähm. Da. Wunderbar. Wunderbar. So hab ich mir das vorgestellt. Zwei da. Bitte komm mit. Sehr schön. Geht bitte da hin. Hier geht bitte da hin. Genau so. Verteidigt sie und erledigt dieses Ding. So jetzt hole ich nochmal ein bisschen Verstärkung für die Brauen. Da. Da sind noch alle im Leben. Sehr schön sehr schön. Ich muss noch mehr holen. Auf, 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 auf. Oh Gott. Die sterben wie die Fliegen hier. Dann nackt. Hallo. Eeeh. Mein Gott. So, jetzt das bitte löschen. Oh. So meinte ich das eigentlich. So. Ah, ist ein Stress. Okay, jetzt hier, los. Haben wir jetzt alle? Schön. Hat ja lang genug gedauert. Gut, dann bitte hier mal nehmen. Hallo. Nehmen. Danke. Sehr schön. Und jetzt alle mitkommen. Ah, ist ein Stress. Das mit dem Positionieren, das muss ich echt noch üben. Was ist denn jetzt das Problem? Kommt ihr nicht weiter oder was? Doch. Was meinst du? Was ist denn das für ein Gepäck, bitte? Wie kann eine Frau nur so viel einkappen? Ach, das wundert mich überhaupt. Mein Gepäck? Ihr und eure Engelchen habt es gefunden. Engelchen. Ich dachte, ihr wärt nicht wirklich zu viel Nütze, aber ihr habt mich eines Besseren belehrt. Jemand wie ihr könnte jemanden wie mich gebrauchen. Auf geht's. Okay. Das sind aber keine Engel. Das ist ja schon eine Beleidigung. Das ist also euer Turm. Hm. Da ist einiges zu tun. Seid gegrüßt, Milady. Herr, wir haben es geschafft, die Privatgemächer wieder zu öffnen. Die Schergen bringen Miladys Gepäck dorthin. Wenn ihr nach Himmelsspitze geht, könntet ihr vielleicht herausfinden, wodurch die Seuche verursacht wurde? Ich sehe lieber oben nach. Nicht, dass die kleinen Lieblinge meine Sachen aufessen und Bauchschmerzen bekommen. Gebt mir ein wenig Zeit, damit ich für Ordnung sorgen kann und kommt danach. Ich setze den Kessel auf. Oh, jetzt haben wir auch noch eine Trulle im Turm. Geil. Awe. Ja, ist klar. Retter des Fräuleins in Not. Finde ich schön. Anführer der Feurigen. Jetzt gehen wir doch mal hoch, ne? Da kommen wir ja ins Bettchen mit rein. Ah, da seid ihr ja. Eigentlich bin ich anderes gewohnt als diesen Ort, aber ich werde einfach das Beste daraus machen. Lass mich euch herumführen. Es gibt dir nicht viel zu sehen, aber wenn man ordentlich putzt, wird es sicher ganz nett. Wie läuft die denn? Also, die läuft derzeit in ihrer Hämorrhiden Geburtstag. Wunder, Scheiß. Ich meine, ich weiß nicht, wer das ist. Die hat sich ja nicht mehr vorgestellt, sondern nur, was ihr Problem ist und was ihr Ziel ist und was sie uns beauftragt. Und warum ist sie auf einmal hier? Was hat sie denn davon? Fragen über Fragen. Hieraus könnte man gut etwas machen. Ein Schlafzimmer, ein Speisezimmer und sogar einen privaten Verhörraum. Die ist genauso verrucht wie ich hier. Aber die hat Geschmack. Schlecht, nicht schlecht. Boah. Lässt sich drin leben, ja. Das hat sich aber schnell hergerichtet, Herr Teidewitzker. Dass sie sich einfach jetzt in unserem Turm da eingefaktiert hat. Interessante Musik übrigens auch im Hintergrund. Drück die Letters, um euren dunklen Turm weiterzuentwickeln. Oh, das ist unser dunkler Turm. Geil. Aha. Schergenflagge, Overlordflagge. Chimärenstatuen. Dafür können wir unser Geld ausgeben. Alles klar. Also für die In- Ausstattung. Ja, die chimären Statuen, die will ich auf jeden Fall. Davon kann man nie genug haben. Auf jeden Fall. Ich möchte noch mehr. Wächterstatuen. Sieht auch geil aus. Davon kann man nie genug haben. Was haben wir denn noch so? Kaiserlicher Thron. Ihr habt ein Gespür für solche Dinge. Ja, es ist doch. Palisaden. Oder Teppich. Auf jeden Fall. Gebt nicht all euer Geld auf einmal aus. Doch, 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 doch. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Feuerschale. Palisadenkronen. Palisaden auf jeden Fall. Denkt an die Innereinrichtung. Ja, ich habe doch schon was. Wir haben hier noch eine zerlumpte Flagge. Erstmal die Overlord-Flagge. Ganz wichtig. Auch kostet nur 10. Ah, das ist genau richtig. Das wird diesen Bauern zeigen, wer hier der Herr ist. Ach so, wir können nur eine Flagge auswählen. Okay. Ah, das ist genau richtig. Na gut. Dann haben wir hier noch die Palisadenkronen. Sehr hübsch. Gute Wahl. Und die Feuerschale. Davon kann man nie genug haben. Cool. Cool. Schön, schön gemacht. Jetzt ist alles klar. Jetzt weiß ich, wozu das gut hier ist. Wozu das hier gut ist. So rum. Äh. Was haben wir hier? Schatzkammer. Dieser Bereich hier würde eine tolle Schatzkammer abgeben. Das Licht würde eure Reichtümer gut zur Geltung bringen. Ihr habt doch Reichtümer, oder? Boah, nicht mehr so ganz. Gerade alles für die Innere und Außeneinrichtungen ausgegeben. Na gut. Also können wir hier das Geld ausgeben für unser Türmchen. Sprengmeister von Wilfried Manz. Wir bekommen immer mehr Titel. Das sieht doch richtig cool aus, oder? Lädiger, besänftiger, der knurrende Mägen. Wir bekommen immer mehr Titel. Okay. Und hat es. Hügeland. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich nochmal für Aufträge? Findet einen Eingang nach Himmelspitze. Findet den ersten Schmelzofen. Okay. Ja, okay. Alles klar. So, dann machen wir hier von 10. Hier von 5. Ja, und eigentlich... Ich glaube, das können wir nur holen, wenn wir die blauen haben, ne? Das Ding da hinten. Es gibt ja noch blaue Schergen. Und ich glaube, die können nur durchs Wasser. Ich bin ja beim letzten Mal total falsch gelaufen, ne? Nee. Wo ging es hier nochmal längs jetzt? Was ist das da hinten? Äh... Ja, ich glaube, da gehe ich... Oh Gott, ich muss erst mal einen Eingang finden. Was für einen Eingang? Ihr habt uns befreit, danke. Ich werde einen Kürbis nach euch benennen. Danke. Wollte ich schon immer mal nicht haben. Oh, 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 oh. Da könnte was drin sein. Sehr schön. Dann hier bitte einmal drehen. Sehr gut. Wo ging es denn jetzt nochmal hier hin? So. Ich habe leider echt gerade keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich brauche eine Karte oder so. Eine Karte wäre genial. Hier war aber noch nicht, oder? Doch. Holy Schütz. Was soll ich denn hin? Ja, bringt mir eure Gaben los. Was passiert, wenn ich so einen angreiche? Oh. Wow. Wir sind ein Plager, wir sind nicht mehr wohlgesinnt. Krass. Nur weil ich hier einmal eine kleine Ohrfeige verpasst habe. Kannst du auch übertreiben. Alter, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ne? Hey, würdet ihr diese Kreaturen verkaufen? Nee. Oh Gott, wo soll ich denn dahin hin? Oben noch irgendwas? Na, toll. Da wäre ich hier draufgegangen. Ach, weil der hinten ohne welche gekauft haben, ist klar. Oh, jetzt laufe ich hier kreuz und quer und ich weiß nicht, wohin. Ich weiß, dass hier eine Sackkasse war, ist schon klar. Vielleicht hat sich hier etwas gehört, ne? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Die Käfer sind echt wahnsinnig. Halt mal aus, die Sau. Ja, Leute, ich bin gerade etwas überfragt. Dann müssen wir uns im nächsten Fall herausfinden. Hoch. Ist da noch mehr, oder nicht? Oh, alle her, Kopf hoch. Okay. Dann kommt zurück. Oh, wo sind wir denn noch nicht längst gegangen? Seid gegrüßt. Juhu, Land, Himmelsspitze. Ach, den hatten wir schon gefunden, die Himmelsspitze. Ich wollte nur den Eingang. Oh. Ich suche mir da einen ab. Oh, verdammt. Dann teleportieren wir uns doch einfach dahin. Oh, Mann. Der Schleim, der faule Gestank, die verfaulten Leichen, fühlt sich an wie zu Hause. Ihr werdet feststellen, dass die Stadt Himmelsspitze über dieses Sumpfland herrscht, Meister. Die großartige Zitadelle, heilige Höhlen, liegt in ihrem Zentrum, wie eine Fliege auf einem Dunkellaufen. Okay, dann werden wir im nächsten Part auf jeden Fall die Himmelsspitze erkunden. Und schauen, wo diese komische Seuche herkommt. Wie muss ich da immer wieder an einen WoW denken? An die Geißel und keine Ahnung. Das sieht auch so ein bisschen aus wie... Das ist wie es da träumen. Im guten Zustand. Wie auch immer. Einigen werden das vielleicht nicht sagen, wie sie in diesem Namen sind. Ja, dann sollte ich irgendwann auch nochmal WoW spielen. Aber ja, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Und beim nächsten Mal werden wir jetzt hier ein paar Schafe schlachten und dann nochmal genau hier umschauen. Also, bleibt dran, haut rein und ciao.